Ein anderer Ex-VfB-Spieler hat sich auch zu Wort gemeldet, Sebastian, und das war Holger Badstuber, der offensichtlich wirklich alle Verbindungen zum VfB kappen möchte, das lässt zumindest die Ebay-Kleinanzeigen-Aktion vermuten, also er versucht seine Aufstiegsuhr zu verkaufen, ich weiß gar nicht, ob er es selber versucht, diese Aufstiegsuhr zu verkaufen oder ob die irgendjemand anders von ihm bekommen hat und er versucht sie jetzt zu verkaufen, keine Ahnung. Ja, vermutlich, aber trotzdem, also warum verkaufst du, also warum gibst du eine Uhr weiter mit deinem Namen, also wenn mir irgendjemand ein Geschenk gibt, in dem mein Name eingraviert ist, dann verschenke ich das nicht, also es sei denn, ich habe brutale Geldnot und ich glaube, das ist bei einem Fußballprofi, der in der Schweiz spielt, nicht der Fall. Nee, Geldnot wird es nicht sein, also dafür war das letzte Jahr, glaube ich, auch zu gut für ihn, wir wissen ja ungefähr, was er verdient hat im Jahr, nee, aber er hat trotzdem jetzt sich zu seiner Zeit beim VfB geäußert, natürlich mit dem Fokus auf die letzten Monate, möchte ich mal sagen. Und Sebastian, ich würde dich jetzt bitten, dass du uns mal kurz das Zitat gibst, das Holger Badstuber der Stuttgarter Nachrichten gegeben hat. Ja, das mache ich gerne, ich zitiere gerade gleich mal drei Zitate von Holger Badstuber, denn er sagte, Es gibt von mir ein öffentliches Bild mit zwei Seiten. Es heißt einerseits, ich sei ein Kämpfertyp und andere behaupten, ich sei ein Miesepeter. Doch letzteres ist ein Image, das mir von außen aufgedrückt wurde, das aber überhaupt nicht stimmt. Er sagt auch, Es kam erst ab meiner zweiten Saison beim VfB auf, da wurde viel negativer Einfluss auf die Wahrnehmung der Leute über mich genommen. Bei Bayern hatte ich dieses Problem nicht und dem ersten Stuttgarter ja auch nicht. Ich bin mir aber immer selbst treu geblieben und das ist für mich das Wichtigste. Und abschließend sagt er, Es stimmt, dass ich Dinge kritisch anspreche, aber ich fange dabei immer bei mir an. Bei mir an. Packe mich zunächst an der eigenen Nase. Ich bin ein Typ, dem es dabei immer um die Sache geht. Ich will erfolgreich Fußball spielen. Ich will gewinnen und fordere es auch von meinem Team ein. Denn nur so pusht man sich gegenseitig und kann gemeinsam wachsen. Das sagt Holger Badstuber. Also das letzte Zitat kann man ja direkt so unterschreiben. Diese ersten beiden Zitate, da muss ich sagen, ja okay, also dass jetzt die Öffentlichkeit beziehungsweise irgendjemand anders daran schuld ist, dass die Öffentlichkeit ein gewisses Bild von Holger Badstuber gewonnen hat, das sehe ich ein bisschen anders. Also er hat sich ja schon doch auch auf dem Platz in eine gewisse Art und Weise präsentiert, die man jetzt nicht nur abfeiern kann, um es mal vorsichtig auszudrücken. Auf der anderen Seite gebe ich mir natürlich auch recht, man fordert Kämpfertypen. Und das war Holger Badstuber, er war oft auch derjenige, der schon auch die Leistung so ein bisschen, die die gesamte Mannschaft abgeliefert hat, fast schon kommentiert hat auf dem Platz und angepisst war. Was ich halt nur schwierig fand, er hat sich halt dann auch auf dem Spielfeld selbst oft den jüngeren Spielern zugewandt und die da an den Senkel gestellt. Und es gab ja da durchaus auch noch ältere Spieler auf dem Platz und vielleicht auch sogenannte Leistungsträger, Führungsspieler, die nicht ihr Potenzial abrufen konnten. Und ich finde, dann sollte man sich vielleicht erst mal an denen abarbeiten. Also legendär ist natürlich die überlieferte Geschichte, dass Tongi Koulibaly Holger Badstuber tunnelt und er denen dann erst mal klar macht, wie das hier beim VfB und bei Holger Badstuber läuft. Ich finde, okay, du kannst so eine Aktion bringen, wenn du der King auf dem Platz bist, aber das war er halt auch nicht mehr. Deshalb, ich finde es eigentlich, oder ich würde es besser finden, wenn Holger Badstuber seine letzten Monate beim VfB etwas besser reflektieren könnte oder würde, so ist es vielleicht besser, und jetzt nicht mehr oder weniger die Schuld hier nur bei der Presse sucht oder so. Also er hat schon auch einen gewissen Teil dazu beigetragen, dass wir ihn als Miesepeter wahrgenommen haben und nicht nur als Kämpfertypen. Nichtsdestotrotz möchte ich dazu sagen, dass ich Holger Badstuber auch als Spieler sehr geschätzt habe. Also es ist jetzt nicht so, dass ich diese Zeit komplett negativ sehe. Holger Badstuber hat eine tolle erste Saison beim VfB gespielt. Er war für mich auch jetzt nicht daran schuld, dass der VfB abgestiegen ist. Dafür hat er viel zu selten gespielt, muss man allerdings auch dazu sagen. Aber er war halt auch nicht dafür verantwortlich, dass der VfB aufgestiegen ist. Das muss man halt dann auch wieder sagen. Und das hätte ich halt von ihm schon eher erwartet. Also er hatte gute Spiele, aber er hatte halt auch häufig Aussetzer. Und ich war nicht ganz so zufrieden mit seinem Zweitliga-Jahr, muss ich sagen. Und vor allem dann in der Crunch-Time, wie man so schön sagt. Also als es dann drauf ankam, gegen Karlsruhe und auch davor, war er halt nicht die Stütze für die junge Mannschaft, die zum Beispiel Mario Gomez war. Und der stand halt auch nicht regelmäßig auf dem Platz. Aber neben dem Platz war er halt dann wirklich ein wichtiges Puzzlestein, dass der VfB aufsteigen konnte. Von daher, ich möchte jetzt hier nicht alles schlechtreden, was mit Holger Bartsch übergelaufen ist. Ja, aber vielleicht hätte er das Ganze etwas neutraler formulieren können. Ja, aber die Uhr holst du ja schon, oder? Ja, die ist ja, also wie gesagt, ich bin ja absolut im Austausch, dass das wird schon klappen, glaube ich. Okay, cool. Ich graviere dann um, im Bartschlück noch, weil ich ein großer Fan des Schiedsrichters bin. Oh Gott.